Ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bedanken bei Herrn Riebel für die wunderbare Einführung und dann vor allem bei Matthias Bertsch für die fantastische Organisation hier. Und ich weiß nicht, dieses Bild Musik und Leidenschaft oder Musik minus Leidenschaft finde ich derartig gelungen und ich beneide Sie richtig, wie Sie diesen Titel gefunden haben und auch dieses Design gefunden haben. Ja, es ist eine große Freude hier zu sein, vielleicht noch historisch. Herr Riebel hat mich vor 20 Jahren zusammen mit dem damaligen Rektor Frischenschlager in Hannover besucht, weil Sie eine derartige Institution und eine derartige Gesellschaft hier in Wien auch gründen wollten. Und dann erinnere ich mich, es war ein ganz schönes und angenehmes Treffen und nachher hat mir Herr Riebel dann noch geholfen, den Beamer zu einem Vortrag zu tragen und damals wog ein Beamer noch circa 20 Kilo, da musste man zu zweit anfassen. Es war vor 20 Jahren tolle Zeiten, schöne Sachen. Was ich heute vorhabe, ist tatsächlich, ich möchte was über das eigentlich besprechen, was uns hier alle eint, nämlich unsere Liebe zur Musik, unsere Freude an der Musik. Das ist, um was es jetzt hier geht. Und ich habe mir eben ein Thema ausgesucht, was ich mit vier Mitarbeitern oder Freunden, Kollegen gemacht habe, nämlich bearbeitet habe, nämlich Friedrich Nagel, der ist in der Zwischenzeit am Fraunhofer-Institut, dann mein Kollege Reinhard Kobitz, Musikpsychologe, dann Oliver Grewe, der ist bei der VW-Stiftung als Wissenschaftsreferent und Hauke Egermann, ich habe da leider den falschen Namen drin, der ist im Moment in York, leitet da die Abteilung Musikpsychologie. Und wir haben eben über viele Jahre das Thema bearbeitet, welche Musik erzeugt bei welchen Menschen Gänsehaut und warum tut sie das? Und das ist das Thema. Was ich jetzt vorhabe, ist zunächst mal, ich möchte Ihnen zunächst mal sagen, was ist eine Gänsehaut, wie entsteht sie? Dann zeige ich ein paar Befunde der Gänsehautforschung, wir haben auch nochmal neue Daten ausgewertet. Ich habe mir aber dann doch gedacht, weil es eine Gänsehaut ist, nicht so viel kleinteilig und vor allem 25 Minuten beachten und deswegen werde ich das mehr zusammenfassend Ihnen zeigen, so die große Linie zeigen und in der großen Linie kommt dann auch die Tatsache, dass alles viel komplizierter ist, als man denkt. Das muss ich Ihnen leider sagen und dann gehe ich gleich über zum intergalaktischen Zusammenhang und ende dann mit meinem Lieblingsthema, mit der Evolution, warum haben wir Musik und Sie wissen, ich bin Rottweiler, da geht es aber jetzt um den Hund Rottweiler und über den werde ich dann auch noch ein bisschen was sagen. So, fangen wir an. Was ist eine Gänsehaut? Kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wenn es Ihnen kalt ist. Es ist eigentlich nichts weiter wie ein Reflex und zwar wird er vom autonomen Nervensystem ausgelöst und es gibt zwei Hauptkategorien. Es gibt die negativen Gänsehäute und es gibt die positiven Gänsehäute. Und positive Gänsehäute, also die Neurophysiologie zunächst mal, dieser Reflex wird über das sogenannte aktivierende System des Sympathikus vermittelt und Sie sehen hier unten rechts die Muskulatur, das sind also die vielen zigtausend Muskeln, die wir haben, die an jedem Haarbalk ansetzen, Musculus Arector Pili heißen die und die werden eben über den Sympathikus angesteuert und führen dann dazu, dass sich die Haare aufstellen. Das führt in dem ursprünglichen evolutionären Zusammenhang zur Erwärmung, weil nämlich die sogenannte Zirkunvektion, das heißt der Abtransport von Körperwärme durch die Außentemperatur, durch die Luft wird dadurch verringert. Das ist der Sinn, warum wir eine Gänsehaut kriegen, wenn es kalt ist. Ja, das ist also eine ganz klare Sache, aber es wird eben noch in ganz vielen anderen Kontexten, nicht nur in der Wärmeregulation ausgelöst, zum Beispiel, das sagen die Zoologen, agonistisch, also kommt von Agon der Kampf, wenn ich drohe, bei Drogebergen, dann sträuben sich die Nackenhaare bei uns, wir werden dann auch größer und das ist eben auch ein universelles Zeichen der autonomen Erregung, eigentlich die Aktivierung unseres Nervensystems. Wird wunderbar beschrieben, wenn Sie vielleicht so in der Literatur nachschauen, eine Szene bei Thomas Mann in den Buddenbrocks, wo der Bankier, der zugrunde geht und Pleite macht, dann in einem wutentbrannten Gespräch mit dem alten Senator Buddenbrock, wie beschrieben wird, wie sich seine Haare sträubten und aufstellten. Das ist nur so am Rand, das ist also agonistischer. Und dann gibt es aber eben diese Gänsehaut, die wir kennen, auditiv, ausgelöst durch Musik, ausgelöst durch schöne Stimmen, aber auch durch taktile Sachen, zum Beispiel gibt es da diese schönen, die sehen so aus wie Schneebesen, die man auf dem Kopf dann so die Kopfhaut massieren kann, das kann ganz gut eine Gänsehaut machen, dann wenn die Blase sehr voll ist, kann man eine Gänsehaut kriegen, dann sehr saures Essen kann eine Gänsehaut machen, dann tolle Bilder, tolle Menschen können eine Gänsehaut auslösen und dann eben auch solche ästhetischen Erlebnisse, wie ein grandioses Fußballspiel, das ist auch eine Ästhetik. Naja, Hannover ist am Aufsteigen, da bin ich irgendwie ganz, sehe ich das ganz gut. Also, Sie sehen, es gibt sehr viele Modalitäten. Auch noch ganz wichtig für alle Zuhörer hier zunächst mal, wenn Sie keine Gänsehaut haben, ist es nicht schlimm, nicht alle Menschen kennen das, etwa 70% der Menschen haben Gänsehautgefühle, relativ regelmäßig bei Musik, 30% kennen das nicht, die sind aber nicht deswegen weniger musikliebhabend oder weniger empfindsam. Wer weiß nicht ganz genau, woran es liegt, es gibt eben Menschen, die keine Gänsehaut besitzen. Okay, was steckt dahinter? Da gibt es relativ gute Forschung jetzt in der Neurowissenschaften, Sie wissen, bei mir geht es nie ohne ein Gehirn, und da haben wir jetzt hier ein schönes Gehirn und da sehen Sie jetzt hier das sogenannte limbische System, habe ich hier auf der rechten Seite. Das sind nichts weiter wie komplizierte, verschaltete Ansammlungen von Nervenzellen im Bereich des Großhirns, gehört dazu Zwischenhirns, Mittelhirns und auch im Bereich des Hirnstamms und diese Nervenzellkonglomerate, die tun eigentlich die Emotionen verarbeiten. und Emotionen sind, wenn man es jetzt mal wirklich so im großen Zusammenhang sieht, nichts weiter wie ein mächtiges Bewertungssystem. Was immer Sie hören, im Moment sind Sie emotional, Sie hören meine Stimme, ich bin emotional, Sie bewerten mich. Gut, schlecht, falsch, oberflächlich, zu tief, zu früh, zu hoch, zu spät, und so weiter und so fort. Das ist im limbischen System. Gleichzeitig erzeugt das limbische System eben dann auch diese starken, körperlichen Reaktionen unseres Nervensystems, eben Tränen, eben Freude, eben auch dann sowas wie jetzt die Gänsehaut. Und die Kollegen aus Montreal, das war vor allem Robert Sartore und seine Doktorandin Valerie Selimpour, die haben also Studenten gebeten, Gänsehautmusik mit in den Scanner zu bringen, haben ihnen diese Musik vorgespielt und haben dann mit bestimmten Tracern den Stoffwechsel von Dopamin im Gehirn nachgeschaut. Sie wissen, Dopamin ist das Belohnungshormon. Und da kommt eben was ganz Interessantes raus, nämlich, dass im Moment des Erwartens der Gänsehaut, das heißt, wenn ich merke, aha, jetzt wird es irgendwie toll, jetzt wird es schön, da ist dann im hinteren Teil des sogenannten Schweifkerns, des Nucleus Kaudatums, eine Dopaminanreicherung, und dann wird dieses Dopamin gewissermaßen nach vorne in den sogenannten Akkumbenskern weiter transportiert und der Akkumbenskern, der löst dann das eigentliche Glücksgefühl dann aus und steuert dann praktisch die gesamten Frontallappen und einen Teil des Parietallappens, also einen Großteil der großen Rinde steuert er damit an. Und da gibt es einen sehr schönen Zeitverlauf. Also am Anfang die Erwartung, das ist die Aktivierung oben im Bereich des hinteren Anteils des Kaudatus, des Schweifkerns, und dann hier, der Akkumbenskern ist erstmal ruhig und dann so nach circa 10, 15 Sekunden plötzlich in dem Glücksgefühl, dann entsteht dann hier diese starke Entleerung oder starke Release, also ja doch starke Freisetzung, danke, starke Freisetzung von Dopamin. Und das ist dann das, was wir mit innerer Wärme und mit Zufriedenheit, mit Freude und vor allem mit dem Sinn der Verbundenheit, Connectedness verbinden. Da kommen wir nachher noch drauf. Soweit zur Neurophysiologie. Ein klassisches Beispiel dafür ist schon von John Slobauda vor vielen Jahrzehnten genannt worden. Das war der Barabbassruf. John Slobauda hat eine gute Arbeit gemacht. Er ist eigentlich der Erste, der das wirklich versucht hat zu systematisieren. Er hat bei Klassikhörern Gänsehauterlebnisse gesammelt und hat dann eben einige gefunden, die haben gesagt, bei der Musik haben sie eine Gänsehaut. Und jetzt ahnen Sie, passt zur Jahreszeit. Barabbassruf. Die hohen Priester und die ältesten überredeten aufs Volk, dass sie um Barabbass bitten sollten und Jesu umbrechten. Da antworteten die Landkriege und sprach zu ihnen, Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, denn ich euch soll losgeben? Sie sprachen. Barabbassruf. Klar, ja. Und man muss natürlich dazu sagen, da hat mich der Direktor der Berliner Musikhochschule, Herr Renner, darauf aufmerksam gemacht, auf ein Essay von Theodor Adorno, der sagt, die schönen Stellen haben immer auch einen davor und einen danach. Und genau das ist es. Diese Aktivierung im hinteren Anteil des Schweifkerns ist gewissermaßen die Vorbereitung, während der Evangelist und Pilatus spricht. Und dann der eigentliche Gänsehaut-Effekt entsteht dann tatsächlich, wenn dieses neue, überwältigende Eintritt mit dem großen Chor und dem verminderten Akkord. Und das ist dann gewissermaßen der Release, die Freisetzung von Dopamin vorne im Akkumbenskern. Wir haben also jetzt im Grunde genommen ganz naiv ganz, ganz viele Gänsehaut-Erlebnisse von Menschen erstmal gesammelt. Und da gibt es natürlich die negativen Gänsehaut, von denen ich jetzt nicht mehr sprechen will, aber ich gebe Ihnen ein wunderbares Beispiel. Das erinnert mich, dass ich da auch bald einen Termin habe. Ja, ich glaube, ich höre auf. Ja, ist das okay? Das ist schon auch sehr interessant, wie stark akustische Reize an unser emotionales Gedächtnis gebunden sind und eben auch polyvalent verknüpft sind. Wenn ich das höre, habe ich gleich auch das Gefühl vom Wasser im Mund und diesen verbrannten Geruch des Bohres sofort, sofort dabei. Ja, also es ist unglaublich mächtig und zeigt, wie tief Hören mit Emotionen verbunden ist. Unglaublich direkt. Dann gibt es natürlich die andere Möglichkeit und das ist eben eine Sache, da hat der Kollege Panksepp darüber sehr viel gesprochen und auch Bernatzky ist da sehr interessiert. Sie glauben, dass der Trennungsruf der Primaten beziehungsweise überhaupt so dieses Gefühl des Verlierens, Verlust und Wiederfinden, dass die mit der Gänsehaut zusammenhängen. Ein schönes Beispiel ist da Monteverdi, natürlich der trauernde Orpheus. Jetzt auf den kommen wir auch noch. Das ist Echo, antwortet dabei. Ja, das ist so dieser Semiton, Plorans. In dem Fall war es aber kein Semiton. Und dann gibt es das letzte, das habe ich jetzt deswegen gemacht, ästhetische Ehrfurcht. Da hat der Kollege Conecci auch ein sehr fundierter Musikpsychologe gearbeitet. Große, tolle Sachen. Der hat so Versuche gemacht mit amerikanischen Studenten und hat denen die Nationalhymne vorgespielt. Und die kriegen doch die Bank hier, Saal, weiße Gänsehaut, das kracht. Ja, geht mir bei der deutschen Nationalhymne nicht so. Das ist, glaube ich, ein geschichtliches Problem, aber ist so. Und da ist ein schönes Beispiel, wir werden nachher auch noch haben den Wagner. Klar, Lohngren. Jetzt geht's auf. Also da kann man, das kann man auch irgendwie nachvollziehen, dass das eine Gänsehautstelle ist, wenn man auch im Orchester dann sitzt oder auch vor dem Orchester sitzt und diese Blechbläser dann mit diesem brillanten Klang und das Gefühl, dass man eingehüllt wird von Klang. Ja, dieses ozeanische Gefühl des Aufgehens in der Musik, wie es Sigmund Freud beschreibt, hier aus Wien. Gehen wir weiter. Jetzt kommt die kleine Arbeit und das will ich jetzt nur fünf Minuten machen, damit ich in der Zeit bleibe. Und zwar, wir haben da total viel gemacht. Wir haben im Grunde genommen etwa insgesamt knapp 1000 Menschen befragt nach ihrer Gänsehaut, haben sie ins Labor eingeladen und haben dann ihre Gänsehautmusik, also jeder dieser Hörer hat seine Gänsehautmusik mitgebracht und wir haben ihn gemessen, während er seine Gänsehautmusik hörte und dann noch während er andere Gänsehautmusik hörte, die aber bei ihm keine Gänsehaut auslöste. Habe ich mich verständlich gemacht? Okay, alles klar. Und dann haben wir eben diese sogenannten physiologischen Werte erhoben und Herzschlag und Atmung und Muskelsachen und Hautleitfähigkeit und das wurde dann also alles genau gemessen und dann kommt also Folgendes raus. Im Grunde genommen kommt etwas raus, was eben David Huron in seinem Buch Sweet Anticipation schon so treffend betroffen hat. Wieder, es gibt so eine Art von Vorbereitung dieser Gänsehautmomente und zwar haben wir jetzt hier in dem Fall, ist es die Intensität des Gefühls auf der Seite und ich zeige ihn hier, da nimmt die Intensität zu und hier in dem Moment ist gewissermaßen die Gänsehaut. Und dann geht es wieder ein bisschen zurück und dann bleibt die Intensität des Erlebens. Also unsere Probanden sitzen, hören zum Beispiel diesen Wagner und müssen dann mit der Maus angeben, wie intensiv sie das jetzt empfinden. Und da sehen Sie, das geht hier so etwa 6 bis 10 Sekunden vorher geht es los. Hier ist ein Kontrollmusikstück und das sind jetzt insgesamt waren das jetzt etwa 800 Gänsehäute, die wir hier zusammen gemischt haben. Anderes Beispiel ist jetzt hier die Hautleitfähigkeit, die ist ein bisschen schneller, die geht etwa jetzt hier 3 Sekunden vor dem eigentlichen Gin los, von der Gänsehaut los und dann geht es hier noch etwa 3 Sekunden länger. Das liegt daran, dass die Gänsehaut im Gehirn entsteht, im autonomen Nervensystem und die vegetativen Nervenphasen bis zur Messstelle, nämlich hier unten an den Fingern, etwa 2 Sekunden brauchen. Deswegen hat dieser sogenannte galvanische Hautreflex, hat eine klassische Latenz, da können Sie die Nervenleitfähigkeit der C-Fasen absehen. Das heißt also, Sie sehen, man kann das ganz schön auch objektiv messen im großen Zusammenhang und da gibt es die Zusammenfassung, das kann man ganz schnell machen, man gibt dann eine Gänsehaut, wenn die Stücke vertraut sind, wenn sie anregen, gefallen, wenn sie mit Identifikation, wenn es mein Instrument ist, wenn es meine Stimme ist oder auch mit positiven Assoziationen verbunden ist, wenn die Stücke die Erwartung täuschen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also eigentlich so etwas, wenn etwas Neues auftaucht, was eben nicht erwartet wird. Das hat eben auch der David Duren als sehr wichtigen Punkt gesehen und dann eben die Stücke in den Einsatz von Stimmen aufweisen, das gehört auch mit zu dem Neuen und dann, wenn Lautheit im höheren Frequenzbereich zunimmt und wenn die Hörer eine Gänsehautpersönlichkeit haben. Gänsehautpersönlichkeit, das sind Menschen, die sind eher empfindsam und Menschen, die sind eher reward-dependent. Das heißt, die beziehen sehr viel aus Anerkennung durch andere Menschen. Also nicht solche Leute wie Van Gogh, der hat gemalt und gemalt, es war ein Wurscht, dass die Leute keine Bilder gekriegen, sondern Leute wie ich zum Beispiel, der gerne einen Beifall hat nach einem Vortrag. Also sowas in der Form. Das sind reward-dependent. Bei Musikern sind ganz viele reward-dependent. Ganz klar. Kann man so sehen. Und das ist einer der Motivationen, auch dann auf die Bühne zu gehen, letztendlich, um die Belohnung nachher zu bekommen. Gut. Dahinter steckt Folgendes, Interessante, nämlich, dass alle diese Gänsehautmomente, die werden bevorzugt im Gedächtnis eingespeichert, weil nämlich das Dopamin die Gedächtnisbildung für akustische Muster nachhaltig fordert. Das sind die Dinge, die wir im Gedächtnis behalten. Das sollten wir dazu wissen. So, jetzt wird es viel komplizierter. Wir gehen mal wieder zur Jahreszeit. Ich spiele Ihnen ein Stück und Sie sagen mir, an was Sie das erinnert. Jetzt für Maria Schubert Bratsche. An was erinnert Sie das? Passend zur Jahreszeit. Und das ist Johannes Brahms Bratschensonate und der hat letztendlich den Beginn von Wenn ich einmal soll scheiden in die Klavierstimme gelegt. Das Programm ist sein letztes Kammermusikwerk. Das letzte Werk, was er für Kammermusik komponiert hat. Er hat danach nur noch ein paar Chorwerke komponiert und hat es aber, weil er eben so einen in Wien sagt man scharmig, also weil er sich eigentlich, er wollte es nicht so offensichtlich machen, hat er es eben praktisch verkleidet in einen Dreiertakt in eine Art von Totentanz und gleichzeitig hat er es eben dann auch noch mit Figurationen hier ausgemacht. Aber es ist genau die Tonfolge von Wenn ich einmal soll scheiden und damit Sie sehen, wie er mit seinem Tod dann umgeht. In der Durchführung kommt dann diese fantastische Wendung des gleichen Themas. Ja, es fällt mir schwer, hier Schluss zu machen. Aber es ist wirklich fantastisch. Ich wollte damit nur zeigen, unsere Gänsehauterlebnisse, die starken Emotionen sind durch Wissen ganz entscheidend mit beeinflussbar und werden großteil erlernt und dann auch im Gedächtnis wieder mit abgespeichert. Und noch etwas, sie werden auch durch Mitgefühl und durch allgemein Menschen Gefühle getriggert. Wir kommen zu Kundry. Mitgefühl und durch in der Durchführung Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 von seinen Emotionen, von seinen Qualitäten, von seiner Gesundheit. Und dann ganz zum Schluss kommen wir dann gewissermaßen zu der Musik als Sprachträger und zur Gedächtnisbildung. Da haben wir natürlich dann die großen Oden, da haben wir dann aber auch Wagners Parsifal, der dann eben durch die Untermalung mit Musikkundriesfluch ihn wirklich ins Gedächtnis einbrennt. Und damit komme ich zum Ende. Was uns damit zeigt, ist gewissermaßen dieser Gänsehaut-Effekt. Und die starken Emotionen bei Musik verbinden uns eigentlich mit einem uralten Traum auch der Menschheit, nämlich die Fähigkeit mit den Tieren und mit den gesamten, wie soll man sagen, Lebenserscheinungen unserer Welt in Verbindung zu treten und gemeinsam mit ihnen zu sein. Und da ist Orpheus, Orpheus-Mosaik aus Rottweil hier im Übrigen, da ist Orpheus ein wunderbares Beispiel. Er singt hier so schön, dass die Vögel ihm zuhören, da ist ein Löwe, da ist ein Hund. Und so konnte Orpheus dann eben diese Brücke der emotionalen Lautäußerung durch die gesamten Arten überwinden. Und das Einzige, was er nicht überwinden konnte, ist seine eigene Liebe und Sehnsucht. Und deswegen hat er sich umgedreht nach Allodisse, als er sie aus dem Tod zurückgeholt hat. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie noch ein paar Fragen haben. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich ganz toll, dass wir die Tagung mit Gänsehaut beginnen dürfen und auch mit Ihnen ganz professionell und auch als Ehrenmitglied der ÖGFMM den Beginn zu haben. Und bevor wir zum nächsten Sprecher kommen, haben wir den Umbau und ein bisschen Zeit für Ihre Fragen. Das heißt, ich würde das Mikrofon bitten, jeweils weiterzureichen und wir bauen hier um. Eine Frage ist, mich würde interessieren, wie sehr sich dieser Gänsehaut-Effekt abnützt. Also weil Sie ja gesagt haben, dass der bei sehr uns wichtigen Erlebnissen, Musikstücken eintritt. Und wie ist das, wenn ich die jetzt sehr oft höre, hintereinander oder mit Abständen, wie verändert sich das dann? Ja, eine ganz gute Frage. Also der Gänsehaut-Reflex ist tatsächlich relativ flüchtig und er ist wenig zuverlässig. Wir haben also eine große Studie gemacht, wo wir Leute ihre Gänsehautmusik über mehrere Tage lang haben getestet. Und da kam dann raus, dass insgesamt zehn Tage, an drei Tagen war keine Gänsehaut da. Das ist erstens mal der Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich der, dass die Gänsehaut sehr stark auch mit Wissen und mit situativen Sachen zusammenhängt. Also wenn ich zum Beispiel sehr unter Anspannung bin, dann bin ich weniger geneigt, eine Gänsehaut zu entwickeln. Und das war auch einer der Gründe, warum wir die Gänsehaut-Forschung dann eingestellt haben, jetzt vor insgesamt zwei Jahren. Weil es ein sehr flüchtiges und letztendlich auch ein sehr intimes Erleben ist, wo man eigentlich dann, und sehr stark biografisch geprägt, wo man dann irgendwo nicht mehr weiterkommt. Ja, total gute Frage. Ich habe jetzt gerade ein Manuskript gereviewt über Musiksucht. Es ist sehr gut. Es gibt also Menschen, die werden süchtig nach Gänsehaut-Erlebnissen. Und die kann tatsächlich dann, die müssen, das ist eine Zwangsstörung, die müssen diese Musik jeden Tag gewissermaßen 40, 50, 60, 80, 90 Mal hören, um so im emotionalen Gleichgewicht zu bleiben. Auf der anderen Seite ist es sicher so, dass so etwas wie eine positive emotionale Prägung uns auch gesund machen kann und uns bei ganz vielen Abwehrmechanismen im Körper unterstützt. Insofern glaube ich, dass ein wichtiger Aspekt dieser ganzen Musiktherapie, zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, zum Beispiel auch was wir machen bei Schlaganfällen, hat sich auch etwas dazu mit den positiven Emotionen, die durch die musikalischen Erlebnisse ausgelöst werden. Jetzt war hier noch, ja, einfach ganz laut reden. Es wird meines Erachtens, also es wird nicht getan und es ist auch gut so, denn interessanterweise ist, ja, was ist gute Musik? Musik, also ich kriege auch Gänsehaut bei ganz, ich habe hier ein paar Beispiele, ganz banale Popsongs, also wirklich die einfachste Harmonik und so weiter. Ich glaube, gut, aber die machen natürlich dann auch entsprechend, kommen die auf die Charts, da haben sie schon recht. Erst kann sein, dass es für die Beliebtheit der Musiken eine Rolle spielt, ja, als Maß eingesetzt wird, meines Wissens nicht. Gut, vielen Dank. Wir werden weitergehen nochmal.